Wir müssen auf die Explosion warten, das dauert ein bisserl. Bleibt mir von der Pelle. Jawoll, das hat hinkaut, jetzt gehen wir hier mal weiter. Das läuft aber nicht so schlecht jetzt, ich bin zufrieden. Ich muss nur ein bisschen zurückziehen hier, weil die werden gerade ein bisschen aggressiv. So, jetzt wieder Angriff. Oh, geht weg von mir. So, und jetzt der letzte hier. Oh, der hat viel Leben, scheiße. So, den müssen wir mal abräumen hier. So, und jetzt rein in den Typen hier. Oh, wieder Deffen. Also, uns Deffen. Scheiße, ich bin umzingig. Ich komme nicht raus, fuck. Das ist scheiße, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, Leute. Ja, immer schön rein in den Typen hier. Jetzt kommen die von hinten. Oh, das ist natürlich scheiße. Oh, wo kommt die alle her? So, gleich haben wir den aber. Muss da rein. Halten, dann haben wir den. Bisschen noch. Ja, ich weiß, ich verliere Leben, Leute. Aber muss, muss, muss. Ja, wir haben es geschafft. Irgendwie muss man hier durchkommen. Könnten auch einen Tower aufstellen. Boah, gib mir von der Pelle. Gib mir aus dem Bild, Mann. Ihr grauslichen Aliens. So, hammers. Da müssen wir anscheinend rein. Wow. Halte deine Trefferquote bei 40% oder Höhe. Hammer freigeschaltet. Sehr schön. Nimm keinen Schaden von Schädeln. Gut, das haben wir leider nicht hingekriegt. Das ist aber auch ziemlich schwierig, da haben wir abkassiert. Halte deine Trefferpunkte bei 40% oder Höhe. Nice one. Töte 60 Monobikers. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber das ist was Schnelles, schätze ich mal. Hammer auch geschafft. So, jetzt schau mal. Es geht auf eine neue Karte. Finde ich cool. Also, wer weiß, wie viele Karten da noch sind. Das würde mich interessieren. Schade, dass man das nicht erfährt. Das ist interessant. Aber es geht weiter. Und wir sind Level 4. So, ich muss sagen, mit dieser Pumpe bin ich sehr, sehr einverstanden. Die ist spitzenmäßig. Ich schau jetzt mal mit den Tauern, da komme ich nicht recht klar. Das ist nicht meins. Ich schau mal, was es noch so gibt hier. Äh, was ist das da? Erzeugt ein kugelförmiges Feld und verlangsamt alle Gegner im Wirkungsbereich. Hm, okay. Das sind diese Fähigkeiten, glaube ich, oder? Kann das sein? Erhöht den Schaden des elektrischen Wirbels. Das brauche ich ja gar nicht. Was haben wir denn noch schönes? Was ist das da? Ruft eine Drohne ausgerüstet mit einem Maschinengewehr. Oh, das ist sexy. Ruft eine Drohne ausgerüstet mit einem Scharfschützengewehr. Das brauche ich nicht. Erzeugt ein... Stammt, dass alle Gegner im Entwicklungsbereich mittleren Schaden zufügt. Das ist auch nicht so, der Birner. Was ist das da? Platziert eine Frostmine. Nee. Also die Drohne, ich muss sagen, die ist nicht so blöd. Die ist doch nicht so teuer. Blödsinn, wo ist denn die Drohne jetzt? Hier ist sie. Hey, bleib hier Drohne. Ich würde sagen, die gönnen wir uns. Zack. So, modifiziere. Kaufe irgendeine Spezialfähigkeit im Shop. Wusste ich doch, eine Spezialfähigkeit. Und wir können sie einmal aufwerten. Oder? Kann man? Oder kann man nicht? Ich hätte noch genug Geld. Warum kann ich sie nicht aufwerten? Ach, warum immer. Aber wir können uns... Na gut, das kann ich mir nicht leisten. Was gibt's denn noch so? Ah, da reicht das Geld nicht. Vielleicht kann man die Pumpe hier nur ein bisschen... Jo, die Pumpe können wir verbessern. Das geht. Dass die mir reinhaut. Dass sie Wumms in der Hose hat. So, die Pumpe ist schon in Ordnung hier, die... Die geht auf jeden Fall. So, wir sind auf der nächsten Map, Leute. Schauen wir mal rein. Der Supermarkt. Man sagt, einkaufen entspannt und beruhigt. Mal schauen, ob das stimmt. Das glaube ich eher weniger. So, was haben wir hier? Säure spinnen. Boah, das hört sich ekelhaft an. Fragmente finden. Ja, das ist so eine Sache. Mit dem habe ich bisher nicht so viel Erfolg gehabt. Nimm keinen Schaden von Säurespinnen im Pfützen. Hm, das könnte sich machen lassen. Es kommt natürlich darauf an, wo die hinkacken, ihre Säure, ne? So, oh, geile Karre. Der ist ja wohl ein Scherz hier, ne? Okay. Okay, Zeit zum Shoppen. Also, Humor hat das Game. Was ist das hier? Sammle Lebensmittel ein. LOL. Ist das so, ja, ernst? Ich soll hier Lebensmittel einsammeln? Was ist das da oben? Bier? Wo sind denn die Scheiße? Keine Ahnung, wo die sind. Ist das Lebensmittel hier? Oh. Oh ne, nicht die fetten schon wieder. Hey, aber die Pumpe, die haut rein, Leute. Die ist so geil, Mann. Das sind Säurespinnen, jetzt weiß ich's. Oh, geht weg von mir. Hat's mich doch tatsächlich umgehauen. Okay, das mit den Säurespinnen, das kriegen wir nicht hin. Muss man hier ein bisschen aufräumen. Ich muss hier durch und die stehen mir im Weg. Ich muss diesen Einkaufskorb herkriegen. Ach, geht doch mal weg, ey. Sind die lästig. So, lästig, Leute. Oh, jetzt krieg ich meinen Einkaufskorb. Nö. Ah, ich muss das ablegen. Okay, okay, okay. Alles klar. Gut, dann. Oh. So. Wo ist mein Auto? Wir brauchen dringend einen Verbandskasten. So, da ist meine Karre. Das sind diese Mistviecher, Leute. Und die sind ziemlich dreckig. Aber von zwei Seiten ist Unfair, Leute. So, ich nehm jetzt das auch gleich. So, da ist ein Einkaufskorb. Gönnen wir uns. Jetzt geh ich da hinten rum. Habe ich hoffentlich meine Ruhe. Naja, Ruhe ist jetzt übertrieben. Wir können denn die Drohne hier rufen. Wie geht denn das? Jawohl, die hilft uns mit. Nicht so schlecht. Die ist nicht so schlecht. Oh, scheiße. Alter, lass mich doch in Ruhe. Bis, Snaken. Oh, die ist nicht so schlecht, die Drohne hier. Ah, es gibt ordentlich Moos hier. Also Kohle kriegen wir hier genug. Das ist nicht unser Problem. Diese Drohne ist geil. Das Problem ist nur. Ah. Wenn du die zu nahe hier kommen, dann ist das überhaupt nicht gut. Weil ich geh weg aus meiner Ablagefläche, du. So, wir müssen wieder einen Einkaufswagen finden. Es ist lustig irgendwie. Also es gibt doch verschiedene nette Missionen. Ich brauche dringend Leben. Was ist das da oben? Ey, geh weg von mir, Mann. Überall bleibst du hängen. Das ist scheiße bei Games, wenn man hängen bleibt. So, wo ist wieder ein Einkaufswagen, Leute? Oh. Ich mag ihn. Ey, geh weg von mir, du stinkst. Du stinkst nach Fisch, Junge. Oh, Einkaufswagen. Ah, da ist einer. So weit haut es aber ganz gut hin hier. So. So, vier haben wir abgegeben. Jetzt ist nur die Frage. Wir kaufen uns jetzt zu einem Tower. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Toll. So. Er muss mithelfen, der Tower. Geh weg von mir, stinker. Aber ich brauche Leben. War da nicht irgendwo noch eine Heilung oder so? Brauche ich so einen Einkaufswagen. Da ist noch irgendein Teil. Ah, da ist einer. Sehr schön. Und Leben. Ja, Leben, 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 Leben. So, der Tower, der hilft gut mit anscheinend. Der macht es ganz gut hier. So, den werden wir jetzt schnell heilen. Oh, da sind aber viel von den Mistfischern. Ja, das läuft. Wir brauchen so einen Einkaufswagen wieder, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich höre schon wieder diese grauseligen Spinnen. Oh, nicht die. Die sind gefährlich, Leute. Brauche so einen Einkaufswagen, aber hier ist irgendwie keiner. Wann, wo die alles sind. Drohne können wir uns wieder nehmen. Aua. Ja, da ist einer. Sehr gut. Weg da. Stinkst. So, die können wir auch wieder reparieren hier. Die hilft ganz gut mit hier. Wir bauen noch einen Einkaufswagen, aber ich weiß nicht, wo die sind. Es fehlen noch zwei Leute, aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Also, ich wüsste nicht, da in der Mitte vielleicht irgendwo. Oh, shit. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Scheiße. Oh, irgendwas haben wir freigeschaltet, aber Einkaufswagen habe ich deswegen auch keinen. Hier gibt es keinen. Oh, scheiße. Ich wandere da mitten durch gerade. Hier einer. Ne. Scheiße, wo ist denn der? Na, Bremerma. Weiß nicht, wo diese scheiß Einkaufswagen sind. Scheiße. Es gibt eine, bin ich blind, Leute? Wo sind denn die Einkaufswagen? Zwei müssen nur irgendwo rumstehen. Ich weiß nicht, wo. Ich sehe keinen. Wir laufen wie die Blöden hier. Ah, was haben wir denn hier schönes? Ich sehe hier einfach keine Einkaufswagen. Da kannst du ja machen, was du willst. Wo sind denn die? Ah, da ist einer. Ja, Gott sei Dank. So. Nix wie zum Ziel jetzt. Oh, fehlt aber immer noch einer. Müssen wir noch ein bisschen suchen. Oh. Oh. So, irgendwo muss noch einer sein. Geh weg von mir, du stinkst nach Fisch. Schau mal, vielleicht ist hier außen wo einer. Nö. Eine Sackgasse. Aber zumindest gibt es Kohle hier. Gut, dass man die Munition nicht bezahlen muss, sage ich mal. Ja, wo ist dieser scheiß Einkaufswagen? Der ist schon keine Ahnung, wo der ist, Leute. Nein, da fehlt uns immer noch. Ich schau jetzt mal hier. Wir nehmen die Drohne auf jeden Fall. Vielleicht ist er da draußen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah, da waren wir doch schon. Neben dem explodierdingen da zu stehen ist nicht gut. Nein, hier ist er nicht. Fällt es nicht? Ah, da ist er. Nein, endlich. So, wir haben es. Jetzt haben wir die alle hier am Hals, oder was? Weg da. So, wir haben die acht. Was müssen wir jetzt machen? Ja, warte kurz, ist gut. Wie lange ist denn jetzt kurz? Warte kurz, das sind witzig. Oh, scheiße, Pfütze. Ich habe fast kein Leben mehr. Ey, ich stecke fest, Mann. Wie ich das hasse, wenn man feststeckt in einem Spiel. So scheiße. Oh. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Okay. Oh, Kacke. Jetzt haben wir es hinter uns. Ja, babe. Was soll ich denn da machen? Wiederbeleben. Das ist dieser Scheiß hier. Oh, ich nehme das jetzt mal. Da muss ich nicht von vorne anfangen. Und wir haben es geschafft. Na, super. Wegen dem Scheiß habe ich jetzt hier diese drei Fragmente benutzen müssen. Oh, das ist mies, Leute. Das ist mies. Aber egal. Wir haben es geschafft. Also, ihr seht, einfach ist es nett. Man muss hier, was weiß ich, gegen endlose Wellen kämpfen. Aber das Game macht auf jeden Fall Laune. Es ist ein interessanter Tower Defense. Ja, und ich bin neugierig, wie viele Welten es hier noch gibt. Es ist schade, dass man nicht vorschauen kann, was es noch gibt. Also, das finde ich blöd. Pro Map gibt es anscheinend fünf Punkte hier. Ja, also, hier waren es ja auch fünf. Zwei, vier, fünf. Und hier auch. Ja, müssen wir schauen, wie es weitergeht, Leute. Acht so Dinge da haben wir. Was haben wir noch? 17.000. Oh, ja. Da kann ich was damit anfangen. Was ist denn das da? Maschinen-Gewerr. Das ist doch sexy. Achso, nee, warte mal. Ich bin ja bei den Pumpen hier. Plasma-Schrotflinten. Die macht ein bisschen mehr Damage. Ja, man sollte schon auf die schweren Schrotflinten hinarbeiten, sage ich mal. Darum werde ich jetzt das Geld sparen und die dann nimmer, beziehungsweise was kostenlos verbessern. Ja, 4.000. Brauche ich aber eigentlich nicht. Aber machen wir es, Leute, die 4.000 Scheiß drauf. Dann haben wir die schön verbessert für den nächsten Level. Und danach kaufen wir uns die da. Im Moment haben wir noch nicht genug Kohle. Aber das kommt schon. Das müssen wir verdienen durch Missionen. Was gibt es sonst noch Interessantes? Was ist das? Erhöht die Radarreichweite. Das brauchen wir nicht. Panzerung wäre nicht schlecht. Wo war denn das? Das war doch hier irgendwo, oder? Was ist das? Trefferpunkte des Charakters. Das ist auch interessant. Oh, das kostet aber sau viel. Aber das können wir uns leisten. Das nehme ich. Dann halten wir mehr aus. Haben wir mehr Leben. Das ist natürlich interessant. Das kann man dann auch noch verbessern. Oder haben wir schon? Oder? Nö. Das kann man noch weiter verbessern. Jawohl. Also da geht richtig was. Alles mit dem Stolpern finde ich gut. Wahrscheinlichkeit zu stürzen. Also wir sind noch nicht gestürzt. Aber das ist wahrscheinlich, wenn der Gegner uns schubst oder so. Gut Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen YouTube Tag. Wenn es euch gefallen hat, Leute. Liken, Kommentar und so weiter. Ihr helft euch mit dem Channel. Das ist noch ein sehr kleiner Channel. Damit ihr vorwärts kommt. Und wenn ihr Bock drauf habt auf mehr Folgen. Dann abonniert doch den Channel. Da versäumt ihr keine Folge mehr. Und ihr helft dem Kanal. Und unterstützt uns somit. Ich sage danke. Und bis zum nächsten Mal. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020